Willkommen auf meinem Spielplatz Es ist an der Zeit für Small Feather Games Und die Knarre liegt bereit Ob bei Call of Duty oder Battlefield Ich kenne keinen an, denn der hier noch viel krasser spielt Also los Diabos, hebt ihr Daumen Ihr könnt euren Augen trauen Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen Das ist der Halo-Effekt Du findest alles Gute hier Und am Ende des Tages merkst du, ey, ist hier das Alpha-Tier Und damit herzlich willkommen an Alle Chikos und Chikas draußen Der Skylands am Start Genauso wie eine kleine Runde Let's Play Alien Isolation Und ich muss die Kamera ein bisschen hinschneiden Sonst sehe ich den Bildschirm nicht Das wäre ein bisschen scheiße Mehrere Sachen, die ich jetzt Angesprochen bekommen habe Ich versuche es gerade ein bisschen mit der Kamera Ein bisschen anders Ich habe gerade viel probiert, rumgemacht Ich wollte eigentlich auch diese Nachtsicht einschalten Ich wusste gar nicht, ich habe gedacht, dass es geht mit dieser Kamera hier Aber anscheinend geht das nicht Sonst ein bisschen immer in der Bedienungsanleitung nachlesen Des Weiteren habe ich mir sagen lassen, dass so die Kampagne ungefähr so 15 bis 20 bis 30 Stunden halt gehen kann Und daher werde ich jetzt also dementsprechend auch die Parts dementsprechend auch lang halten Also sprich, ich werde jetzt so eine Folge auch mal so an die 20 bis 30 Minuten lang laufen lassen Was heißen soll, ich muss wesentlich mehr aufnehmen Was ich aber auch wirklich loszuhaben Ich weiß auch nicht Das ist jetzt ganz interessant, das Spiel Und ich freue mich schon auf die Schockmomente Und wir drücken Ah Diese Festplatte hier Spiel starten In isolation Spiel vorsetzen, würde ich sagen Wir müssen ja irgendwo vor ein Türchen aufgehört haben Ich weiß es gerade nicht mehr so genau Ich muss mal kurz mein Ein bisschen lauter stellen Ich habe nur keine Ahnung, in welche Richtung lauter geht gerade Ah, in diese Richtung Es darf niemals so laut sein, dass du das Rauschen des Headsets hörst Also man sieht mich ein bisschen schlechter, weil ich es gerade mal versucht habe ein bisschen dunkler zu machen Ist das so besser? Ich glaube nicht, nein Ich habe fast reingepackt So Ich bin da echt an Wollen wir mal gucken, was wir machen hier Sollte aber so reichen, glaube ich Wenn nicht, könnt ihr mal in die Kommentare schroten Ich habe eine Sony HDR-CX-52E Und Wir werden jetzt mal hier direkt weitermachen Kontaktieren Sie Torrents Wir können jetzt hier durch diese Tür, soweit ich mich erinnern kann Richtig Wir müssen uns mal ducken Ich will es noch nicht aktivieren So, hier brauchen wir nicht viel großartig zu machen Ihr könnt ja mal in die Kommentare schroten, was ihr von der KI des Aliens haltet Weil mein Kumpel weiß nicht, ob das Alien einfach nur aus Versehen die ganze Scheiße macht Oder ob es wirklich so intelligent ist und einen verarscht Das weiß er halt nicht Letztens könnten wir es nur noch öffnen Ich sehe nichts, Digga Ich sehe ja auch nichts Ich habe mich auch irgendwas verpasst, wir haben das doch alles gefunden oder nicht Oh, im Hintergrund könnt ihr jetzt die Facultate natürlich sehen Das ist natürlich mega sweet Richtig schön Äh Mal gucken Hab ich was verpasst? Hab ich was vergessen? Aber boah, wie wird den Sound vom Zaunstuhl aufgemacht? Nein, habe ich nicht Entschuldigung, schon wieder so ein Aufnahmefilm wie beim letzten Im ersten Mal, wo ich auszusehen die Katzen mit aufgenommen habe Nein, das war kein Ausversehen Ich wollte so eine Kino-Atmosphäre mal mit schaffen So ein Hintergrund irgendwer mit dem ganzen Labern ist, ey So Pass mal auf, die Scheiße ist doch hier irgendwo Wenn ich ein Ionenschneider wäre Ja, ne Scheißerl Was war das? Das sind so viele Geräusche auf einmal Leuchtfackel, mein bester Freund Ne, zeig mir den Weg Ich bin erfreut Ach, kommt schon, Leute, wir hatten auch letztens, ne, hatten wir auch alles gehabt Ja, konnten wir letztens durch die Tür da durch, dann, ne, konnten wir doch Alter, ich, 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 geh, ah ja Ah Alter Ich geh da nicht rein Das könnte Nein, 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 ist gut, ich lasse es, ich gehe da nicht rein, ich gehe da nicht rein Echt, sie puste, es ist doch noch nichts passiert Hör auf damit Leute, das Spiel hat gerade erst angefangen, lass mich in Ruhe Hallo, ich wollte mir nur was zu essen machen Was ist das da? Julia Jones, heutiges Update Nach mehreren Nachfragen hat Marshall Waits endlich ein öffentliches Meeting einberufen, um die auf Sevastopol kursierenden Gerüchte anzusprechen Ich speichere Ja Ja, ja Bitte Alter Wir gehen jetzt Äh, mir geht schon die Späße aus, ohne Witz jetzt Ich kann da nur runter gehen Vor allem wo ist das viel lang Alter Alter, 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 Alter Alter Schnauze jetzt, Schnauze Schnauze, 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 Schnauze Geh weg Geh weg Keiner mag dich Geh weg, du Arsche Arsche, du Arschiloch Alter, siehst du da hinten? Der Sack bewegt sich hier Lass aufhören Alter Alter Alter, 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 alter 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 Alter, alter Alter Ich mag das nicht Im Grund, warum ich keine großen Spiele spiele warum wackeln die dinge oh gott das viel ist hier lang gelaufen das wackelt wenn man es berührt wackeln die dinger das ding ist hier lang gelaufen bitte hör auf ich will doch nichts ey der scheiß viel kann nur da hochgerannt sein alter ate hallo hallo ich glaube ich glaube ich datos nicht dass ich Klamotten nicht. Ich mag das nicht. Ja, ist gut. Okay. Ihr stirbt in Wahl. Wir wissen's. Ich bin allein. Hier fällt alles auseinander. Allein, allein. Allein, allein. Ich bin allein. Allein, allein. Allein. Kann er so weit in ihm aufhören zu sterben? Nervtörtendes Geräusch. Boah, alter. Dröhnt es auf den Ohren. Digga. Wo muss ich denn lang? Alter, jetzt reicht's aber auch mal. Schnauze hier. Ich hab keinen Plan, wo ich lang muss. Die Tante ist zu blöd zum rüberklettern. Wahrscheinlich war jetzt gar nicht vorgesehen, dass das Ding so lange am kraxen ist, aber sie haben mit der Blödheit von mir nicht gerechnet. Oh, alter. Ist das nervt. Ich muss doch da irgendwie lang jetzt. Ja, Moby Dick. Ihr wissens. Oh, alter. Geht mir das Geräusch auf den Semmel. Sorry mal grad, aber. Das geht mir grad tierisch auf den Geist. Ich hab's jetzt ausgemacht, obwohl es das Scheiß mit nichts ausmacht. Dann hör ich das ehrlich wahrscheinlich nicht. Ducken kann ich mich nirgendwo hier. Ich lauf jetzt hier zum 5000. Mal lang. Ich weiß, aber. Leute, ich hab doch keinen Plan. Und das Geile ist, ich mach die ganze Zeit Licht dort an, wo ich nicht mehr rein muss. Das ist relativ. Hört ihr das? Wie so ein Radio. Könnte ich mich irgendwie an der Wand? Alter, das hab ich mich erschrocken mit dem Scheiß Funken, ey. Leute, ich hab wirklich jetzt keinen Plan, wo ich hier langen muss. Hier geht's nicht lang. Von da komme ich. Hier geht's nicht lang. Da ist ein doofes Gesicht. Genau wie hier. Ich werde jetzt lang. Junge. Genau wie hier. Alter! Mann... Es ruckelt, das heißt es muss was laden und wenn es was laden muss, ist es immer sch... Was war das? Ich hasse Auraspiele, ich hasse sie. Ich hasse sie, ich hasse sie, ich hasse sie. AAAAAAAH! AAAAAAAH! Ich hab keinen Huflerace mehr. Ich hab keine fucking Flares mehr. Oh, scheiße. Oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck. Hör auf zu laufen! Bitte! Ich hab ein mediker in der hand und ich weiß wahrscheinlich damit umzugehen. Oh Gott, warum tue ich das? Warum tue ich das, warum tue ich das? Mann, ey, mir gehen echt die Sprüche jetzt aus. Okay, es ist nur ein Spiel und es ist noch nichts passiert. Alles ist in bester Ordnung. Hey, Tür! Na, wie geht's? Ich hab Angst, Leute. Aber ich weiß nicht warum. Oh, Alter. Ich werd alt bei dem Spiel. Alter, ich hab keinen Plan. Ja genau, macht sehr viele Geräusche. Hallo? Hallo? Irgendjemand da? Was war das? Was war das? Was war das? Was war das? Bei mir geht's. Vielen Dank.